Herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi050. Ich habe mir jetzt natürlich ein bisschen Werkzeug geholt. Das ist also der Jalousienmotor, den stelle ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Ich habe also die Motoren von Schellenberg. Also das sind diese hier. 60 mm. Verschiedene Kraftstufen hier. Für 4,2 Quadratmeter Fläche ist also das kleinste, was es von Schellenberg gibt. Dann hat er eine Zugkraft von 20 Kilo und dann einen Drehmoment von 10 Nm. Da sind auch mal die Maße. So eine Achtkantwelle, 60 mm, geeignet für Rollläden. Und dann Montagefertig mit Adapter und Wandlager. Ist also TÜV geprüft, ist auch normal. TÜV, wer überhaupt nicht weiter weiß, kann sogar eine Servicenummer anrufen. Was ist in so einem Karton drin? Bedienungsanleitung, der Motor selber, die Sechskantstopper, ein Stäbchen. Das ist also ein Stäbchen, da kann man quasi dann mit dem Stab rein. Und dann kann man seine Einstellung damit vornehmen. So, jetzt montieren wir den Motor. Jetzt geht's...